Ja, und glaube ich auch war, wir haben es geschafft mit ein bisschen Verspätung. Ist ja normal bei dem ganzen Hand hier und alles zum ersten Mal. Ich hoffe, du hast dich trotzdem bei dem schönen Wetter mit deinem Hündchen Lilli. Ja, die gerade am Gras fressen ist. Hast dich hier wohl gefühlt? Ja, hab ich. Ja, willkommen Jasmina. Wir kennen uns noch nicht so lang, aber immerhin schon. Bei einer Hochzeit haben wir uns mal kennengelernt und haben spontan mal zusammen gespielt. Und ein gemeinsamer Freund, der Keyboarder, der Marin, spielt bei dir. Und er hat gesagt, die Jasmina, die musst du unbedingt mal in ein Wohnzimmerkonzert nehmen. Und ich bin natürlich skeptisch, ich gebe das zu. So Leute, die man kennt, denkt man immer. Aber ich habe mich bekehren lassen, dass mir die CD geschickt und ich bin jetzt bekennender Jasmina-Fan. Erzähl doch mal bitte, du kommst aus der Schweiz. Warum? Warum hier? Oder warum aus der Schweiz? Warum kommt man aus der Schweiz? Ja, ich bin da geboren, bin da aufgewachsen in Basel, Basel-Land. Meine Eltern wohnen da auch noch. Und du kannst auch so sprechen. Ja, sicher. Dann grüß doch mal unsere vielen Schweizer Fans, die jetzt im Livestream zu gucken. Hallo Mami. Meine Mama guckt gerade. Was ist deine Mama? Die guckt, die hat mir vorhin geschrieben. Ja. Das ist cool. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass wir hier sitzen und deine Mami guckt. Das ist lustig, ja. Cool. Dann ist sie bestimmt auch stolz auf dich. Ich danke, ich denke ja. Hat sie was mit Musik zu tun? Meine Mama ist auch Sängerin, also die hat halt im Chansonbereich früher viel gemacht. Heute macht sie das noch so hobbymäßig, aber sie hat mir doch viel mitgegeben. Und wir haben viel miteinander Musik gemacht und haben auch viele Auftritte zusammen gemacht, Hochzeiten, so Geschäftsanlässe und haben auch eine Produktion zusammen damals gemacht. Das heißt, bei euch hat das mit Tochter, Mutter und Sängerinnen geklappt? Ja, ich glaube, irgendwann später hat man dann so seinen eigenen Stil und möchte sich selbst so ein bisschen verwirklichen. Und dann hat man sich so ein bisschen getrennt. Und ich bin ja dann, wie gesagt, auch irgendwann dann nach Deutschland gezogen. Aber das hat schon trotzdem immer Spaß gemacht. Ja, ich kenne da so einige Mutter-Töchter-Geschichten, die nicht so fruchtbar waren. Ja, ich glaube, es ist immer von beiden so ein bisschen. Also wir haben uns eigentlich gut verstanden, aber natürlich gab es dann, je älter ich wurde, einfach auch ein paar Differenzen, weil ich auch natürlich so meinen eigenen Musikstil und meinen eigenen Geschmack mit eingebracht habe. Und es ist ja klar, dass sich das dann natürlich so ein bisschen auseinanderentwickelt. Klar. Jetzt nicht nur musikalisch, aber auch vom Leben her. Was will ich im Leben erreichen? Ja, genau. Und du willst Sängerin sein? Ja, ich mache das ja schon viele Jahre. Also ich bin jetzt so elf, elfeinhalb Jahre, bin ich jetzt hier in Deutschland, weil ich einfach hier mehr zu tun hatte. Es war dann irgendwann fahrtkostentechnisch zu viel, weil ich dann immer Jobs hier hatte und dann bin ich dann richtig hier hingezogen. Das heißt, Jobs sind aber Gesangsjobs? Mhm. Ich unterrichte auch, also ich mache Vocalcoaching und ansonsten, ja. Ist das nicht inzwischen schon fast ein Schimpfwort? Sängerin zu sein? Nee, Vocalcoaching. Ach, ehrlich? Dann ist es noch nicht bis zu mir zurückgedrungen. Nee, ich gebe ja zu, ich bin ein bekennender DSDS, The Voice, was auch immer Fan, weil ich denke, dass wahnsinnig viele junge Menschen, Mädchen, Gitarristen, was auch immer, durch so eine Sendung eben die Lust und den Ansporn gekriegt haben, das zu machen. Nur irgendwie ist, glaube ich, jetzt jede Sängerin Vocalcoaching. Deswegen habe ich das ein bisschen provozierend gefragt. Ja, stimmt. Ich mache das ja schon sehr, sehr lange, ne? Man kann auch Gesangslehrer sagen, aber das sagt irgendwie keiner mehr, so Gesangscoach halt. Ich finde es klasse, dass es überhaupt, also in der Zeit, wo ich Unterricht hatte, da war es halt völlig undenkbar, dass einer Gesangsunterricht nimmt, außer wenn er klassischen Gesang lernen will. Das stimmt, ja. Und ich finde, das ist ein Verdienst von diesen Castingshows, von denen es ja auch verschiedene Abarten gibt. Wo wir jetzt gerade bei Castingshows sind, dann frage ich dich natürlich auch nach The Voice, weil viele dich aus der Sendung kennen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du so richtig glücklich warst in der Show. Ehrlich? Ja. Weswegen? Ich hatte das Gefühl, als hättest du, oder vielleicht, ich habe das nur selektiv gesehen, das gebe ich zu. Und ich bin mit dem Percy verbandelt und habe das natürlich, und Pamela und so. Und habe aber mitgekriegt, ja, wie soll ich sagen, ja, es war keine Liebe so. Also du hast dich jetzt da nicht so reingehängt und hast gesagt, so, das ist jetzt mein Leben, sondern du bist da sehr kritisch gewesen und hast das auch so durch den Fernseher spüren lassen. Okay. Also zumindest bei mir. Das ist interessant. Ich finde es gut zu wissen irgendwie auch, wie das so rüberkam. Für mich war das im Endeffekt ja auch jetzt nicht mein Leben. Das ist ja auch klar. Und ich glaube, ich bin jetzt einfach auch keine 16 mehr und bin da ganz anders an diese Sache rangegangen. Ich habe mich ja da auch nicht selbstständig beworben, sondern ich bin angefragt worden und habe das mehrere Male abgelehnt und bin dann dahin gegangen, wirklich erst am Schluss, wo die Frau von Lilo Skrimali, dem Bandleader, mich dann nochmal angerufen oder angeschrieben hat und gemeint hat, ey, Jasmina, geh doch dahin. Du kannst ja immer noch sagen, ist nix und kannst es ja einfach mal angucken, weil der Lilo wäre da auch nicht, wäre das blöd. Und dann bin ich da halt hingegangen und aber habe das so wenig wichtig genommen, dass ich sogar meine Playbacks, die ich vorbereitet habe, im Auto vergessen habe und dann zu faul war, dann nochmal zum Auto zu gehen. Also so wenig wichtig habe ich das genommen. Aber im Endeffekt habe ich dann schon ein bisschen Blut, wie sagt man, gelegt genau, weil das für mich schon, ja, es war ja trotzdem eine Chance, einfach auch eine größere Fangemeinde zu kriegen. Finde ich eigentlich auch gerade. The Voice ist ja eigentlich eine Promotion-Ebene für professionelle Sänger. Ob jetzt Galasänger oder Leute mit eigenem Repertoire, es ist ja eine gute Chance, einen Namen zu machen, auf den man bei der Werbung, bei der Job-Aquise zurückgreifen kann. Genau, denke ich auch. Ja, ich denke auch, ich habe das so genutzt und ich hatte eigentlich auch Spaß. Also ich fand das schon eigentlich eine schöne Sache, aber ich denke, ich bin halt schon doch so durchleuchtet, dass ich dann auch irgendwie gucke, was ich da so von mir lasse und was ich da so sage. Und das meine ich auch mit, ich bin nicht mehr 16. Also ich gehe jetzt nicht dahin unbedarft und erzähle alles oder gebe auf alles Antworten, sondern habe schon, war schon darauf bedacht, was ich da so von mir gebe. Ja, du hast gesagt Job. Und was heißt Job? Also lebst du von deiner eigenen Musik oder singst du mit einer Galas und Events oder Jazz-Veranstaltung oder was machst du? Oder bügelst du? Ne, weißt du was, ich kann knitterfrei aufhängen. Ja, für dich selber, aber nicht für andere. Ja, für mich. Ich hasse bügeln. Nein, ich habe, was genau war da eine Frage jetzt? Jetzt bin ich nämlich mit dem Bügel irgendwie hängen geblieben. Das werde ich mir merken, dass sich das so fasziniert hat. Nee, Lebensunterhalt letzten Endes. Ja. Du sagst, seit elf Jahren lebst du vom Musikmachen. Ja, also es ist viel Übereignis. Also jetzt mein drittes Album, was gerade rausgekommen ist. Gesangsunterricht war das? Gesangsunterricht, genau. Und nebenbei habe ich, wenn es dann nicht so gut läuft, habe ich noch so einen Nebenjob. Ich übersetze schwarzer deutsche TV-Formate. Das mache ich ab und an mal so nebenbei, aber es ist nur ein Minijob. Und ansonsten habe ich schon halt Jobs als Sängerin, aber viele eigentlich mit eigenen Sachen. Aber das würde ja bedeuten, jetzt sagen wir mal, wenn du 1500 Euro zum Leben brauchst und das mit eigenen CDs und Songs vom eigenen Repertoire einspielen kannst, dann bist du doch eigentlich in einer sehr privilegierten Situation. Ja, ich sage eigentlich, dass es jeden Monat so viel ist. Okay. Es sind auch Monate, wo man dann wirklich sagt, wow, also jetzt wird es sehr, sehr knapp. Jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre, muss ich sagen, lief das wirklich sehr, sehr gut und eigentlich auch vernünftig, dass ich gut Jobs hatte. Aber es ist halt nicht immer so. Ja, ich finde es auch wichtig, den Leuten draußen das zu sagen, weil es halt einfach echt schwierig ist. Es ist schwer. Es sei denn, man macht Schlager, ne? Wenn man sich anpasst. Ich glaube auch die, da sind wenige davon, die davon richtig gut leben. Aber besser, ne? Meinst du? Ich weiß nicht, die spielen irgendwie mehr halt, ne? Weil es einfach das ist, was... Aber für welche Gagen? Ja, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber die spielen mehr. Aber wenn du jetzt mit Maren einen Job machst bei einem Event oder bei einer Gala, dann kriegst du ja wahrscheinlich relativ gutes Geld und das ist ja... Mal so, mal so. Aber so viele Galas machen wir ja nicht. Wir machen wirklich oft eher... Also was ich viel mache, ich komme ja auch ein bisschen aus dieser christlichen Musikszene. Ich bin da groß geworden und das heißt, es gibt viele Gottesdienste oder halt... Und die zahlen was? Ja, die bezahlen, aber es ist auch halt runtergegangen. Und was ich jetzt viel gemacht habe, ich habe ja sehr viel Promotion-Termine jetzt gehabt die letzten Monate wegen meinem Album und habe auch die Möglichkeit gehabt, mit dem größten christlichen Fernsehsender, dem ERF, heißt der, auch einfach ein paar Sendungen zu machen und durfte da auch Jury-Mitglied sein in einem Casting-Format, was total toll war. Das war eine wirklich schöne Sache und eben nicht so glatt gebügelt wie das, was man sonst kennt, sondern es ist wirklich halt ernst genommen worden. Und ich... Für mich ist das eine schöne Sache. Ich muss auch sagen, ich muss jetzt auch nicht unbedingt überall immer auf der Bühne stehen. Ich mag es halt auch wirklich, mit den Leuten zu arbeiten und zu sehen, die machen Fortschritte und die schenken... Die kriegen Lächeln, weil sie halt was gelernt haben und weil sie Fortschritte machen und das selber mitkriegen. Und das ist genauso toll, wie wenn ich jetzt selbst auf der Bühne stehen kann. Zumindest für mich. Ja. Aber man zieht mich ja weg. Das glaube ich nicht. Guck mal, das kleine Hündchen da. Hallo, hallo, hallo. Die Lilly, die kann dich nicht ziehen. Die kann nur ziehen. Das ist lagweilig. Lilly, Baby. Ich würde... Vielleicht ist es richtig, wenn man zusammenfassend sagt, selbst wenn man es schon so weit gebracht hat wie du, ist es immer noch ein Patchwork. Man muss flexibel sein. Ja. Und es ist nicht einfach, da so eine Linie dann zu halten und die durchzuziehen. Ja. Ja. Und was heißt es, so weit gebracht zu haben? Ich glaube, das ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Weil für die Leute ist es... Du kannst davon leben. Ja, für die Leute... Ja, mal so, mal so. Das ist auch ein Privileg, oder? Heutzutage. Ja, ich denke, für Leute ist es oft irgendwie, wenn man im Fernsehen ist, heißt es gleich berühmt. Weißt du? Für die breite Masse. Ja, ja. Das ist klar, dass so eine Sendung, das ist dann berühmt für zwei Monate oder ein halbes Jahr. Das ist klar. Genau. Und es hilft ein bisschen bei der einen oder anderen Jobakquise. Aber wenn man da in der dritten oder vierten Staffel dann rausfällt, dann ist natürlich... Ich weiß, die Summen, die man für die Show selber kriegt, die sind ja alle ein Witz. Das ist klar. Das war nichts. Ja. Ja. Also dafür würde kein Handwerker den Motor anschmeißen. Logisch. Du hast jetzt eine neue Platte gemacht. Ja. Jetzt neu. Okay. Also das ist deine aktuelle Platte auf jeden Fall. Und aus der spielst du heute Abend auch. Ja. Und da sind unfassbare Stellen drauf. Also es ist immer blöd mit den Vergleichen. Aber bei mir war es so, dass ich denke, dass du in so einer mitteltiefen Mitteltage klingst du wie die junge, erfrischende Whitney Houston. Oh, wow. Absolut. Ich finde, auch von der Stimmenfarbe her. Und dann machst du halt diese Mariah Carey Queecher. Das ist schon absolut beeindruckend. Und trotzdem habe ich in der ganzen Zeit nicht das Gefühl, dass du die jetzt imitierst oder nachsingst oder sowas. Es ist wirklich dein eigenes Ding. Das ist ein schönes Kompliment. Ich danke dir. Ist das eigentlich auch so dein Anspruch? Ja. Also für mich war natürlich klar, ich habe viel gelernt durch Zuhören und durchs Nachsingen. Wie viele Sänger in meinem Alter. Lernen von the best. Ja, genau. Und ich habe natürlich Mariah Carey Schnörkel nachgesungen, obwohl ich die nicht alle singen kann. Die fiept ja. So Töne, die kriege ich auch nicht, by the way. Ja, aber für mich war es auch wichtig, einfach eigenständig zu klingen. Ich habe allerdings auch immer wieder die Kritik gekriegt, ja, du klingst wie oder du klingst wie die oder der. Ich glaube, was für die Leute einfacher ist, zu schubladisieren. Aber es ist dann doch auch schön, wenn man halt eigene Songs singt und dann auch die Möglichkeit hat, einen eigenen Stil da fließen zu lassen und die Leute dann auch irgendwann mitkriegen. Es ist eben nicht nur nachgesungen. Ja, klar. Ich meine, das mit dem Schubladisieren geht ja nicht anders. Wenn ich jetzt jemandem erzählen soll, wie klingt die Jasmina, dann würde ich das so schildern. Und würde halt natürlich, wäre mein letzter Satz dann, aber sie klingt eben letzten Endes wie sie selber. Aber um das zu beschreiben, muss man ja auf Sachen zurückgreifen, die der, der es hört, auch kennt. Und insofern, das finde ich gar nicht schlimm. Es sind unfassbare Songs da drauf. Ich fand jetzt so die heftigen Songs nicht so, also die sind ja sehr, wie soll ich sagen, filmmusikalische. Einer erinnert mich an James Bond, so von der ganzen Aufwendigkeit der Produktion her oder sowas. Also mir gefallen die leisen Töne ganz besonders gut. Und was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong heißt Blanket for my Heart. Das ist für mich ein toller Song. Das wäre auch die Single gewesen bei The Voice. Die hatte ich mit tollen, tollen Songwritern schreiben dürfen da. Und ansonsten halt bedeutet mir When You Believe sehr viel, weil das halt so mein Baby ist. Das war so der erste Song, wo ich überhaupt angefangen habe, Songwriting zu machen, weil ich immer dachte, dass ich das nicht kann. Natürlich hat der viele, viele Stationen durchlebt, dieser Song. Und mit vielen Leuten habe ich an dem Song gearbeitet, bis er zu dem wurde, was er jetzt ist. Aber es ist mein Baby und somit natürlich ein wichtiger Song für mich. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, wenn die richtigen Leute im Stream sitzen oder später auf YouTube oder auf welchem Channel auch immer das Interview sehen? Wer wäre der richtige Mann, der jetzt da sitzt oder die richtige Frau und sagt, so mit der Jasmina, da könnte ich mir dieses oder jenes vorstellen? Bestimmt mit David Garrett auf Tour. Wirklich? Ja, würde ich cool finden. Also ich habe ja lange in Aachen gelebt, aber der kam mir jetzt eher seltsam rüber, oder? Ehrlich? Ja, aber ich finde es halt so musikalisch passen. Du meinst, weil der Bogen so breit ist, oder warum? Ja, ich glaube, es würde musikalisch passen. So mit dem, was ich so mache, so mit vielen Streichern und so. Ich kann mir das vorstellen. Ansonsten, das ist ja nur eine Idee. Wir möchten gerne spielen. Wir sind im Moment wirklich dabei. Also ein super geiler Booker oder hast du? Ja, nee, leider nicht. Also das ist wirklich wichtig. Also alle Booker. Genau. Hier, Jasmina. Und auch bei mir melden. Ich habe ganz viele tolle Künstler für Booker. Also ein Booker, ein toller? Ja. Eine Plattenfirma, die an sowas glaubt, der hört sich auch nicht richtig schlimm. Ja, also ich habe ja jetzt, ich arbeite mit Gerd Medien. Das ist aber eher ein Verlag. Ja. Die arbeiten, oder gehören zu Bertelsmann Random House. Und die haben schon viel gemacht. Aber die sind natürlich auch begrenzt. Die sind auch offen, wirklich mit einem Vertrieb zu arbeiten oder so. Aber das hat sich bis jetzt einfach nicht ergeben. Ja, aber wer weiß. Genau. Wenn man nichts darüber redet, kann es nicht passieren. Das hast du recht. Das stimmt. Okay. Ja, ich würde sagen, hast du noch was, was du unbedingt den Zuschauern, den Zuhörern... Ich glaube, du hast mich vorher erinnert, dass ich dich erinnern soll. Ich danke dir. Ich vergesse es jedes Mal. Die aus meiner Sicht eigentlich wichtigsten Fragen, die es zumindest sein müssten, unsere Sendung heißt ja Song of My Life. Und wie wir uns das ausgedacht haben, war die Idee, dass wir es gerne hätten, dass die Sänger eben auch mal anders erklingen, als sie auf ihrer Tour oder auf ihren Konzerten sonst klingen. Und wir haben uns natürlich gewünscht, dass die Fallhöhe möglichst hoch ist, also dass es möglichst weit weg vom normalen Repertoire ist. Und deswegen muss jeder zwei Pflichtsongs singen. Das eine ist der First Song, das heißt der erste Song, der eine wichtige Bedeutung im Leben hat. Das muss jetzt keine musikalische sein, sondern es hätte auch der erste Kuss oder die erste CD oder sowas sein sollen. Was ist denn dein First Song? Ja, ich wurde ja genötigt, ne? Ich weiß. Also ursprünglich war ja gedacht, dass ich mit meiner Mama zusammen was singe. Das wäre natürlich der absolute Wahn gewesen. Ja, das haben wir alles versucht, aber es hat leider nicht geklappt. Nochmal, hallo Mama. Hallo Mami. Und deswegen wurde ich jetzt genötigt zu jodeln, was ich machen werde. Und das ist halt etwas, was meine Oma, halt meiner Mutter und meiner Patentante weitergegeben hat. Und die Mama hat es halt mir gelernt. Und das kommt in Deutschland irgendwie ganz gut an. Besser als in der Schweiz. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das war, Jasmina zum Jodeln zu kriegen. Aber ihr werdet sehen, sie wird das unfassbar geil machen. Und es wird sowohl für sie als auch für euch eine neue Erfahrung werden. Also First Song ist Jodeln. Oma, Mutter, Schweizer Tradition. Das ist perfekt. Das ist genau so, wie wir es uns erträumt haben. Und vielen Dank, dass du das machst. Der zweite Pflichtsong ist der Best Song. Und da denken wir so, dass du einen Song singst, von dem du denkst, das ist entweder der beste Song, der jemals geschrieben wurde oder hätte ich den mal geschrieben. Was ist das bei dir? Also bei mir ist es halt am naheliegendsten, Heavy on the Heart zu machen, weil dieser Song auch der Song war, den ich halt in der ersten Live-Show bei The Voice gesungen habe. Entschuldige, wir proben hier parallel und ab und zu geht die Tür auf und zu und dann hören wir halt mehr oder weniger Musik. Stört euch nichts dran. Genau, und deswegen werden wir Heavy on the Heart spielen. Das ist auch ein geiler Song. Das ist ein sehr, sehr toller Song. Und ich musste sehr kämpfen für diesen Song, dass ich den überhaupt singen durfte in der Show. Ich hätte ihn auch gespielt. Ja, ich finde es eine tolle Nummer, aber die wurde sehr kritisiert und viele fanden irgendwie, ja, die wäre jetzt nicht so großartig. Und ich habe dann gesagt, ich möchte es aber machen. Und nee, da fand Anastasia Khan ist doch nicht eine tolle Sängerin. Und ich musste da echt kämpfen für und habe das auch nicht bereut, dass ich dafür gekämpft habe, weil der ist auch gut angekommen und ich mag den gerne singen. Cooler Song. Ich hätte den gerne geschrieben, ja. Ja, cool. Ja, dann wünsche ich dir ganz, 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 ganz viel Spaß für heute Abend. Ja. Ich bin mit hier mein Telefon. Und ich freue mich. Was ganz toll wäre, wenn du vielleicht nochmal sagen könntest, wie du unsere Idee vom Wohnzimmerkonzert findest. Dann schneiden wir das nämlich hinterher über alle möglichen Gelegenheiten rein. Ich finde es eine super, super Sache mit dem Wohnzimmerkonzert. Und zwar habe ich das auch schon die ganze Zeit vorher. Wir waren ja länger bei Facebook befreundet schon. Genau. Und vorher, glaube ich, noch bei MySpace. Und ich habe dann immer so ein bisschen verfolgt, was du so machst und habe dann angefangen, die Videos zu gucken, wo du angefangen hast mit diesen Wohnzimmerkonzerten. Da habe ich gesagt, ich möchte auch gerne mal singen. Ich fand das echt toll. Das ist toll. Und jetzt hat sich das endlich ergeben und ich freue mich sehr. Und dann auch noch mit Gregor zusammen. Also besser geht es nicht. Ja, passt einfach. Ja, genau. Kannst du es nochmal so in einem Satz sagen, bitte? So Song of my life is cool oder irgend sowas? Ja, wie gesagt, Song of my life finde ich eine ganz tolle Sache und ich habe das länger verfolgt und freue mich ganz doll, dass ich jetzt dabei sein darf. Super cool. Das werden wir verwenden. Gut, viel Spaß und ich freue mich auch drauf. Okay, jetzt gehen wir aus dem Livestream wieder raus in die Proben und schauen wir mal, was als nächstes passiert. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.